so schön, so wichtig, so wichtig, so was kann man dann nehmen, so schön, so schön, so wichtig, so wichtig, so忍AL das weinen, remembering so gut, Die Pokalsieger 2012 sind unsere Stiers! Auf dem Eis werden jetzt die Medaillen verlieren. Die Medaillen an die Landshut Cannibals werden übergeben von unserem Präsidenten H.G. Neumann und dem ESBG-Geschäftsführer Oliver Seliger. Von unseres Stiers erhalten die goldenen Medaillen vom Präsidenten des DEW, Uwe Hammers, und der Geschäftsführer der Landshut Cannibals, Herrn Reiner Beck. Allemann, Wollstock, Mitch. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, gut. Gut, gut. Wir alle bedanken uns auch noch einmal recht herzlich für die sugeräte Leitung des Spiels. unter dem Raumschiedsrichter Herrn Klau und seinen Assistenten, den Herren Böhler und Schulz. Applaus 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 Applaus